153, da ist was jetzt abgerutscht. Die Nadel ist aus der Hülle gefallen. Ja, bei dem Schaltdruck, da geht kein Blattenspieler mehr. Also mit so einem Anclub liegt er mit Sicherheit schon über 140, klar. Es fehlt ein ganz klein bisschen, 159,6, ganz knapp an 160 gescheitert. Was ist da nun los heute? Meine Güte, aber trotzdem, kleiner Applaus. Ist okay, die Zeit ist um, es fehlt. Super gemacht hier. Das ist jetzt nur ein Qualifikationswert, der abgegeben wurde. Und damit wir den Ablauf, es ist ja zwar veröffentlicht worden und bekannt gegeben, dann noch einmal direkt von uns wissen, wer sich qualifiziert hat bis zum dritten Platz, hat dann nachher die Möglichkeit, wenn er bei der Deutschen Meisterschaft mitmacht, allerdings nur bei der Deutschen Meisterschaft, den zweitplatzierten.